Viele halten erfolgreiche Verkäufer für Betrüger, für Abzocker, die ihr Leben damit verbringen, die Füße hochzulegen und das Geld auszugeben, was sie anderen aus der Tasche ziehen. Viele sehen das so, weil sie es nicht verstehen. Sie verstehen nicht, wieso vermeintlich über Nacht der Erfolg kam. Plötzlich waren da die dicken Sportwagen, die teure Uhr, der Designeranzug und die Markenschuhe. Plötzlich wurden regelmäßige Urlaube an den schönsten Orten der Welt gebucht, das Haus renoviert und mal schnell abbezahlt. Ist doch logisch, dass das Betrüger sind, oder nicht? Früher habe ich so ähnlich gedacht. Ich wollte Triathlon-Profi werden. Mit Verkauf und Geld verdienen hatte ich nichts am Hut. Das war mir egal. Ich wollte meinen Sport machen. Unser Schulsystem bringt uns nicht bei, wie wir verkaufen können. Wie wir ethische, ehrliche Win-Win-Situationen schaffen und unseren Kunden echte Vorteile bringen können. Im Fernsehen werden Verkäufer häufig als lästig, schmierig und hinterlistig dargestellt. Jemand, der nur möglichst schnell an dein Geld möchte. Kein Wunder also, dass wir so denken. Irgendwann hatte ich den Traum, mein Leben finanziell frei zu gestalten. Und so zu leben, wie ich es mir wünsche. Mein eigener Chef zu sein. Wie wirst du erfolgreich? Wie wirst du reich? Ich wollte Verkäufer werden. Was die meisten Menschen nicht sehen, ist, was es wirklich bedeutet, erfolgreich zu werden. Sie können sich nicht vorstellen, womit der echte Weg zum Erfolg gepflastert ist. Mit tausenden abgelehnten Angeboten, die ich stundenlang vorbereitet habe. Mit nicht bekommenden Unterschriften, die darüber entscheiden sollten, ob es am Wochenende Tiefkühlessen aus der Mikrowelle oder einen romantischen Abend mit meinem Schatz gibt. Mit den vielen Neins. Mit den ganzen Leuten, die am Telefon einfach aufgelegt haben, weil ich immer und immer wieder angerufen habe. Mit den ganzen Leuten, die gar nicht an das Telefon gegangen sind, weil sie meine Nummer schon erkannt haben. Mit all den Einwänden, die ich damals nicht behandeln konnte, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber ich habe niemals aufgegeben. Ich habe fleißig gelernt, mich Stück für Stück verbessert, mich weiterentwickelt, als Persönlichkeit gewachsen. Ich wollte finanziell frei sein und in meinem Leben so leben, wie ich es mir wünsche. Ich wollte der beste Verkäufer sein. Und mit all den einsamen Nächten, die ich daran gearbeitet habe, meinen Traum Realität werden zu lassen, während andere sich in Clubs volllaufen ließen. Der einzige Unterschied zu denen, die aufgegeben haben, ist, dass sie dran geblieben sind. Immer. Jeden Tag. Die Erfolgreichen stehen immer wieder auf. Jeden Tag. Arbeiten hart. Jeden Tag. Legen sich in Zeug. Jeden Tag. Lernen von noch besseren Verkäufern. Jeden Tag. Verbessern sich. Jeden verdammten Tag. Das alles tun sie, obwohl sie ans Aufgeben denken, jeden beschissenen Tag. Am Ende ist nur entscheidend, wer an sich und seinen Traum glaubt und immer dran bleibt. Jeden Tag. Untertitelung des ZDF, 2020